Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Wir sprechen heute über ein nicht ganz so schönes Thema. Wir sprechen über die verhaltene Fehlgeburt oder auch die Missed Abortion. Wie kommt es eigentlich dazu, was passiert dabei und wie wird vorgegangen? Das ist auf jeden Fall heute das Kernthema, denn wir in Deutschland sind eins von den europäischen Ländern, die relativ schnell handeln, wenn sie die Diagnose stellen. Und warum das vielleicht gar nicht immer nötig ist, beziehungsweise sogar kontraproduktiv ist, das erkläre ich in diesem Video. Viel Spaß dabei. 10-15% der klinischen Schwangerschaften, das sind die Schwangerschaften, die bereits festgestellt wurden, sei es jetzt per Schwangerschaftstest oder aber auch per Ultraschall, enden in einer Fehlgeburt. Das ist relativ gesehen ein häufiges Ereignis. So haben auch die Ärzte in den Praxen oder auch Kliniken häufig damit zu tun, relativ gesehen. Für die betroffenen Frauen ist es jedoch natürlich ein wahnsinnig furchtbares, schlimmes und hoffentlich auch sehr seltenes Ereignis. Gerade die Missed Abortion, also der verhaltene Abort, die verhaltene Fehlgeburt, ist auch für beide Parteien ein wahnsinnig überraschendes Ereignis, weil, und das ist die Definition der Missed Abortion, es ist eine Fehlgeburt. Das heißt, das Kind in dir lebt nicht mehr. Es ist avital, ohne äußerliche Symptome. Nur die Klassiker, die man so kennt von möglicher frühen Fehlgeburt, wie einer starken Blutung oder auch krampfartigste Unterbauschmerzen oder auch Rückenschmerzen, die fehlen bei der Missed Abortion. Man merkt es also als Frau vielleicht gar nicht. Und dann geht man ganz normal zur Routineuntersuchung zu seiner Gynäkologin oder seinem Gynäkologen und will untersucht werden. Und dann wird festgestellt, dass die Schwangerschaft nicht mehr intakt ist, dass das Kind avital ist, also keine Herzaktion mehr darstellbar ist. Das ist also für beide Seiten ein wahnsinniger Schockmoment. Für die Ärzteschaft da draußen natürlich etwas, was schon erlebt wurde und damit hoffentlich auch empathisch umgegangen werden kann. Aber für die Frau, die völlig aus allen Wolken fällt, natürlich ein wahnsinnig traumatisierendes, furchtbares Erlebnis. Und jetzt, nachdem die Diagnose eben feststellt, jetzt gibt es eben so ein paar Weichen. Und in Deutschland sind diese Weichen immer ein Stück weit voreingestellt. Und dass diese Voreinstellung nicht immer ganz korrekt ist, das besprechen wir gleich. Diese Weiche geht nämlich verhältnismäßig oft zur operativen Intervention. Das heißt, die Frau hat jetzt eine Missed Abortion, es ist eine avitale Schwangerschaft und dann wird der Frau direkt in diesem Schockmoment, zwei Minuten später, alles erklärt, wie es jetzt weitergeht. Dass jetzt eine Aufklärung passieren muss wegen der OP, dass operiert werden muss, das auch bald, weil sonst gibt es vielleicht eine Sepsis, also eine Blutvergiftung. Dies und das muss danach beachtet werden. Vielleicht muss sogar primär abgestillt werden. Vielleicht braucht die Frau ein Antibiotikum. Und das prasselt jetzt alles auf diesen Schockmoment ein. Und wir wissen aus vielen Beobachtungen und Studien, dass in solchen Schockmomenten irgendwie die Scheuklappen hochgehen. Das heißt, Frauen oder auch Männer in solchen Schockmomenten, in Diagnosemomenten, die wahnsinnig furchtbar sind, versteht man nicht mehr alles. Man kriegt nicht mehr alles mit, was einem erzählt wird. Also überrumpelt einen diese ganze Vorgehensweise jetzt, dass man auf einmal in den OP muss und hier und da. Man hat überhaupt nicht die Zeit, das überhaupt ansatzweise zu verstehen, geschweige denn zu verarbeiten. Und das ist eben diese schnelle Weichenstellung, die in Deutschland überproportional häufig ist, nicht immer das richtige Vorgehen. Und dann geht es auch um die selbstbestimmte Fehlgeburt. Das heißt, man kann auch andere Optionen wählen. Es gibt das Abwarten, also konservative Verhalten, das man an den Tag legen kann, um der Frau einfach auch die Chance zu geben, damit abzuschließen, das zu verarbeiten und dem Körper auch die Chance zu geben, die Situation selbst zu handeln. Ja, die Müsse der Borschen geht ohne Blutung einher, geht ohne Schmerzen einher. Aber vielleicht kommt das ja ein paar Tage später von selbst. Und dann hätte man sich im blödsten Falle eine OP sparen können, eine Narkose sparen können, diese unglaublich überfordernde Situation sparen können und alles, was danach an Nachuntersuchungen auch noch auf einen zukommt, sparen können. Also, großes Schlagwort, selbstbestimmte Fehlgeburt ist unter Umständen möglich. Und diese Umstände, die besprechen wir gleich noch. Es gibt im Prinzip nach der Diagnose Müsse der Borschen drei Möglichkeiten. Es gibt zum einen operatives Vorgehen, das hatten wir jetzt besprochen, medikamentöses Vorgehen und das abwartende Verhalten. Diese drei Optionen gibt es und die müssen einfach auch besprochen werden. Und man vertut sich nichts, wenn alles gut ist, dass man dem Paar und der Frau einfach auch ein paar Tage Zeit gibt, diese Konsequenzen und diese Überlegungen zu tätigen. Das kann ich ja nicht im selben Augenblick, wo ich gerade die Diagnose gestellt habe, zwei Minuten später sie vor drei Möglichkeiten stellen und zu sagen, so, entscheiden Sie mal. Denn sie ist gar nicht in der Lage jetzt, quasi diese Entscheidung zu treffen. Und wenn alles gut ist, die Frau kein Fieber hat, keine hohen Entzündungswerte hat, dann muss man jetzt nicht alles übers Knie brechen. Warum wird in Deutschland denn jetzt so oft operiert? Das gründet daher, weil man Angst hat vor einem septischen Abort. Also einen fiebrigen, mit Blutvergiftung assoziierten Abort, wo das Schwangerschaftsmaterial jetzt ja keine Schwangerschaft mehr darstellt, sondern eben vom Körper der Frau als fremd angesehen wird und deswegen abgebaut wird mit Entzündungszellen, mit einer Entzündungsreaktion. Und das kann auch selten mit Fieber und einem septischen Verlauf eben einhergehen. Aber, und ich habe das Schlagwort gerade gesagt, es ist selten, dass so ein septischer Abort passiert. Im Prinzip passiert erstmal nicht. Und zahlreiche internationale Studien haben auch belegt, dass es kein erhöhtes Risiko für eine Infektion oder andere Komplikationen bei dem abwartenden Verhalten gibt, wenn grundsätzlich die Frau gesund ist und alles in Ordnung ist. Nach der Diagnose Missed Abortion ist es in ungefähr 60% der Fälle so, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen die Schwangerschaft, die nicht mehr intakt ist, ablutet. Also der Körper selbst für die Lösung sorgt. Und nach sechs Wochen, also anderthalb Monate später nach der Diagnosestellung Missed Abortion, ist es bei 75% so, dass die Schwangerschaft, die nicht mehr intakt ist, abgeblutet ist. Das sind internationale Daten, wo also auch gezeigt wird, dass so lange nach der Diagnosestellung noch abgewartet wurde und auch ohne Komplikationen. Man muss natürlich unter ärztlicher Aufsicht bleiben. Man muss natürlich schauen, gibt es Infektionszeichen, habe ich Unterbauchschmerzen, gibt es Fieber, Schüttelfrost. Das sind ja alles Warnsignale des Körpers, zu sagen, okay, jetzt geht irgendwas doch in die falsche Richtung. Denn es gibt den septischen Abort. Den haben viele Ärzte auch erlebt, aber er ist eben seltener, als dass sich der Körper dort selbst eine Lösung verschafft. Und das muss man eben auch den Frauen in dem Moment, wo die Diagnose gestellt wird, so auch mitteilen. Denn sie wird nicht mehr auffassen können. Sie wird jetzt diese niederschmetternde Diagnose haben und dann werden die Scheuklappen hochgefahren und dann kommt da eh nicht mehr viel an. Es ist also auch nicht verwerflich, einfach zu sagen, wir treffen uns in einer Woche nochmal und sprechen drüber. Und die Frau auch aufzuklären. Wenn dies und das passieren sollte, wenn eine starke Blutung kommen sollte oder die Symptome, die ich gerade aufgezählt habe, dann kommen sie bitte sofort wieder zu uns. Da müssen wir widersprechen. Das größte Risiko beim abwartenden Verhalten bei der Misse der Borschen ist, und so sagen das auch die Studien, dass diese Blutung sehr stark ausfallen kann, also überperiodenstark und unvorhergesehen an der Arbeit, bei Freunden, in der Stadt. Und das ist etwas, was man den Frauen eben auch sagen muss, wenn man ein Stück weit mental darauf vorbereitet ist, dass es irgendwann passieren kann, kann man natürlich in seiner Tasche oder irgendwo an der Arbeit in so einem Körbchen Binden haben, auch Schmerztabletten haben, denn das geht ja auch oft mit wehenartigen Schmerzen einher, also krampfartigsten Schmerzen im Unterbauch. Sodass, wenn man gerade an der Arbeit ist, natürlich irgendwo zusehen muss, dass man sich Abhilfe verschaffen kann im Sinne von Binden oder auch Schmerzmedikamenten, dass man die einfach bei sich hat. Das ist, was die Studien gezeigt haben, so das größte Risiko, dass so eine Blutung und die Schmerzen einfach aus dem Nichts auftauchen können. Nun gibt es aber auch Frauen, und das ist ja auch verständlich, die sagen, ich möchte jetzt nicht zwei, drei, vier Wochen rumlaufen mit dem Wissen, dass in mir eine abgestorbene Schwangerschaft ist. Ich möchte sofort eine Lösung finden, ich möchte sofort weitermachen, ich möchte jetzt nicht warten, bis das irgendwann mal sich von selbst erledigt hat. Das kann man ja auch verstehen und in dem Fall kann man natürlich auch sagen, gut, hier gibt es noch die medikamentöse Behandlung oder auch die operative Behandlung. Optionen gibt es ja. Es ist ja nur so, dass man nicht sofort die Frau in oder das Paar in eine Richtung drängen sollte. Ob jetzt die medikamentöse Blutungseinleitung mit Misoprostol zum Beispiel, das ist jetzt ein Prostaglandinderivat, also ein Medikament, oder aber die operative Seite, also das operative Vorgehen im Sinne von einer Vakuumaspiration, also sogenannte Saukuretage, besser ist, das muss man ganz individuell mit den Frauen besprechen. Denn die eine Frau hat vielleicht Angst vor einer Narkose oder Angst vor OPs. Die nächste hat vielleicht Angst davor, viel Blut zu sehen. Und so muss man halt individuell auf das Paar auch eingehen, was kommt für euch dann am besten in Frage. Man hat auch gesehen, bei der medikamentösen Therapie oder auch der operativen Therapie gibt es jetzt keine Vor- und Nachteile, zum Beispiel, was das Blutungsrisiko angeht. Auch eine medikamentöse Abortinduktion muss jetzt nicht unbedingt einhergehen mit einer viel stärkeren Blutung, als es bei einer Vakuumaspiration der Fall ist. Abschließend, als Fazit quasi, muss man einfach sagen, diese Diagnose Misteter-Borschen ist viel überraschender und viel komplexer, als es vielleicht erstmal den Anschein hat, weil sie einfach so ad hoc kommt und da ist und so unwiederbringlich ist. Und viele Frauen sagen, okay, können wir nicht einfach noch warten und nochmal gucken, vielleicht sieht man den Herzschlag ja nächste Woche wieder. Und da frage ich mich, was spricht dagegen? Also was spricht dagegen, die Frau nochmal nach Hause zu lassen und nächste Woche einzubestehen, um nochmal zu gucken, um es vielleicht nochmal bestätigt zu bekommen, dass die Schwangerschaft wirklich nicht intakt ist. Und selbst dann, an diesem Punkt, wenn die Frau eine Woche Zeit hat, sich darauf einzustellen oder auch das Paar, kann man noch sprechen. Es gibt diese drei Möglichkeiten in Deutschland. Dann kann man auch die Vor- und Nachteile aufzählen, die wir gerade besprochen haben. Es ist also essentiell wichtig, dass man mit dieser Diagnose, auch wenn es für Ärzte vielleicht häufiger vorkommt, wahnsinnig empathisch umgeht, dass man einfach den Schicksalsschlag dahinter sieht und auch die Entscheidungsfreiheit der Frau überlässt und sie nicht überrumpelt und sagen, okay, sie haben jetzt eine Misset Borsche und es tut mir wahnsinnig leid, wir machen übermorgen eine Saugküretage in unserer OP, kein Problem, ist eine ganz kurze Narkose und die Frau hat nach Misset der Borsche nicht mehr zugehört. Sie weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert und sitzt dann irgendwann Wochen später da und fällt in eine Art Depression, weil sie es überhaupt nicht verarbeiten. Also auch ein wahnsinnig wichtiges und komplexes Thema für Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, trotz einer Fehlgeburt selbstbestimmt zu bleiben, mitentscheiden zu können. Das ist ganz, ganz wichtig für viele Paare, einfach selbst über ihren Körper, über die Schwangerschaft, die nicht mehr intakt ist, entscheiden zu können, was passiert jetzt mit uns. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen geholfen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder vielleicht mit einem bisschen schöneren Thema als dem heutigen. Ihr könnt gerne mal bei Instagram vorbeigucken unter Richtig Schwanger oder auf der Website www.richtigschwanger.de Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss und bis bald. Wir sehen uns. Tschüss und bis bald. Zus selv張. Tschüss und bis bald.